Hallo und herzlich willkommen bei Mode auf die Hartgeart. Wir haben wieder geöffnet. Also kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der neuen Mode inspirieren. Lydia zeigt euch heute einen Plover von Sinkwill und eine Hose von S.Oliver Black Label und ich selbst trage eine Hose von Job und ein Hemd von New Zealand. Maren zeigt euch dieses sommerliche farbenfrohe Kleid von Eleven Wishes. Da bekommt doch jeder Lust auf Sommersonne Farbe. Danke schön. Übrigens, unser Café Visto hat auch wieder geöffnet.